Das erste Mal wurde ihr Lied, das Aloha Eu, gehört, als sie im Keller saß, als sie eingesperrt war im Keller und sang dieses Lied an ihr Volk. Und es geht in den Text darum, hört nie auf zu glauben, glaubt an die Freiheit. Und ich bin für euch immer da, auch wenn ihr mich nicht seht, werde ich nie weg sein. Musik